Was geht da, Freunde, Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren Heldenhaften-Folge Spider-Man für die PlayStation 5. Aber ich habe keine. Ich kümmere mich darum. Das hier ist bald vorbei. Versprochen. Hoffen wir es doch, die Scheiße, ey. Freunde, geil, dass ihr am Start seid wieder. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie immer natürlich danke für das Feedback eurerseits, danke für die Unterstützung bis hierhin. Macht gerne weiter so, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir schauen einfach mal, wir machen einfach Schnellreise. Komm, dann sind wir schneller dort. Dafür ist die Schnellreise dort, wo sie sein muss, damit man sie nehmen kann. Und schneller da sein kann, um schneller die Leute zu retten. Ihr wisst Bescheid. Es hat ja jetzt einen Sinn, obwohl ich muss ehrlich sagen, das Einzige, was ein bisschen schade ist, wenn die Ladebildschirme verschwinden. Auch bei Spider-Man. Man sieht nicht mehr die coolen Anzüge in diesen geilen Posen, weißt du. Oh, er quatscht wieder dazwischen. Wenn sie seine Gerichtsverhandlung gesehen haben, wissen sie, dass Rhino zu dumm für eigene Pläne ist. Wer also steckt dahinter? Also, wer sonst ist denn immer da? Wer kämpft angeblich gegen Rhino, aber führt ihn eigentlich herum wie ein rotes Tuch einen Stier? Und jetzt alle! Spider-Man! Hey, Junge, der ist so doof. Was ich sagen wollte, ist ein bisschen schade, dass man diese Ladebildschirme nicht mehr sieht, wo man die neuen Anzüge, diesen geilen Posen gesehen hat bei Spider-Man. Aber, naja, gut. Kann man auch auf Google sich reinziehen, oder? Dann lieber keine Ladezeiten als das. Aufmachen. Das ist das Coole, man kann Martin verstehen. Du musst die Dämonen erledigen, bevor ich Leans Labor folgen kann. Schalten wir die Schützen aus. Man kann ihn verstehen, Alter. Aber man versteht es halt nicht genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war, ob das noch aufgeklärt wird. Gute Nacht! Doch, doch, ich glaube, das wird noch aufgeklärt. Aber jetzt zum jetzigen Punkt könnte man sich fragen, warum folgt er aber dann Otto Octavius? Der ist ja genauso mitverantwortlich. Der hat ja mitgemacht, dass er in die Position gebracht wird, seine Eltern umzubringen. Ich meine, das muss ich ja mal reinziehen. Das ist schon hart. Also dementsprechend, wie gesagt, kann man auf jeden Fall Martin verstehen, dass er so Hass schiebt. Ich muss schnell durch diese Dämonen kommen, bevor Lee sich das Antisirum schnappt. Oh. Wen haben wir denn da? Oh. Komm her. Schön. Schnauze. Vielleicht ein Netz am Turm. Vielleicht ein Netz am Turm? Was redest du, oder? So. Dich jetzt? Wer holt denn da? Ich bin doch hier schon auf Start. Vielleicht sollte ich mich lieber anschleichen. Spider-Man, geh jetzt. Meine Männer regeln das. Sable? Lee hat die Agency ausgeschaltet. Die regeln gar nichts mehr. Du wurdest gewarnt, Superheld. Okay. Hat dich überrascht, was? Ich liebe diesen Muffer. Wenn du unentdeckt bist, dir einfach wegzutreten mit voller Wucht. Komm her. Die Dämonen haben's Hebel voll erwischt. Lee ist auf dem Pflichtpfad. Das wären alle gewesen. Sable hat ihre Drohung wahrgemacht. Ich wette, diese Typen suchen keine neuen Freunde. Lass endlich unsere Agents in Ruhe Spider-Man. Es reicht jetzt. Rauschen. Mir reicht's auf Langer. Das soll wohl ein Witz sein. Wir müssen ihn auf den Boden hochheißen. Wo bleibt die Drohung? Wie gesagt, der lame ist der Finisher aller Zeiten. Ich sag ja, das macht Black Widow in jedem Film, Alter. In jedem Film macht sie diesen Move. Jo. Bam. Der gefällt mir schon eher. Ich muss mich beeilen und reingehen. Schalten wir den Gang auf. Nicht den Boden berühren. Bam, Junge. Einfach komplett den Rücken gebrochen, Alter. Mit dem Move. Dämonen und Hebel erledigt. Ab nach drinnen zu Lee. Easy going. Die können nämlich gar nichts, die Lappen. Warum bist du so schwer? Du belästigst meine Leute, zerstörst meine Ausrüstung, kostest meinen Kunden Millionen. Gib mir einen Grund, warum ich dich nicht umlegen soll. Okay. Wir mögen einander nicht sonderlich. Aber Lee hat deinen Kunden da drin im Gebäude. Und er bringt ihn um, wenn wir nichts dagegen tun. Wir können gegeneinander kämpfen. Oder gegen Lee. Aber nicht beides. Sind wir uns einig? Du hilfst mir, Norman zu retten. Und danach keine Versprechen. Okay, gut. Lee ist außer Kontrolle. Rette du Osborn. Ich rede mit ihnen. Wir sind gut. Okay, Lee. Das ist das Ende. Es reicht jetzt. Ob der noch da ist, oder? Er rum, Spider-Man. Das ist zwischen mir und Osborn. Ich weiß von dem Unfall. Ich weiß, was mit ihren Eltern passiert ist. Der Unfall? Du klingst so klinisch wie Osborn. Ah! Oh, cool. Danke. Meine Eltern starben wegen mir. Wegen dem, was Osborn mir angetan hat. Sie sind mehr als ihre Vergangenheit. Machen Sie sich frei davon. So was, so was finde ich immer richtig geil, dass du, dass du böse Wichte hast, also böse Leute, Gegner, die du aber auf der einen Seite verstehen kannst und auf der anderen Seite denkst du, du übertreibst, aber du übertreibst. Weil, wenn er nur Osborn angreifen würde, nur Norman Osborn, würde man sagen, ey, kann ich verstehen, aber er bringt halt so viele Unschuldige mit rein, weißt du, und das halt dann, das geht zu weit. Ich habe so sehr versucht, meine Eltern stolz zu machen, ihr Andenken zu ehren. Hast du doch. Das ist um jetzige Beurteil, oder? Doch um sie wirklich zu ehren, muss Osborn der Rechtlichkeit widerfahren. Ich kann das nicht zulassen, Martin. Lies Schmerz. Seine Wut. Sie befeuern seine Macht. Sie befeuern seine Macht. Das ist die einzige Probe. Nein! Nein, Martin! Ich sagte doch, es tut mir leid. Es war ein Umfang. Ich wollte dir helfen. Du hilfst Menschen nicht. Du benutzt sie. Martin! Das bringt ihre Eltern nicht zurück. Warum willst du diesen Abschaum unbedingt retten? Ich möchte sie retten, Martin. Rache ist keine Lösung. Kämpfen Sie! Geil, Alter. Geil. 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 Verstattet. Der Sankkrebs infiziert diese Stadt schon zu lang. Führen wir Osborn wahrer Gerechtigkeit zu. Aber nicht mit ihren Mitteln. Wir hören niemals auf. Bringt es überhaupt irgendetwas? Ich weiß gar nicht. Jetzt! Jetzt drauf! Nein! Jetzt! Meine Chance. Das sind nicht Sie! Das hier bin ich! Genau das! Nein! Ja! Fang schon! Fang schon! Oh! Drauf da, Spidey! Osborns Verbrechen gehen auf deinem Konto! Wieso auf mein? Was? Oh! Scheiße! Kämpfen Sie, Martin! Kämpfen Sie dagegen an! Nein! Ausbauen muss leiden! Alter, Susano! Naruto-Style! Er ist Martin Li Uchiha! Ach, Martin, 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 Martin! Sie können den Dämon besiegen, Martin! Den Dämon besiegen? Ich bin der Dämon! Geil, das meine ich, das meine ich, das meine ich, alleine der Bossfight ist cooler als jeder in Miles Morales, das ist doch schade, Alter! Aber wisst ihr was? Aber wisst ihr was? Die werden es bestimmt im zweiten Teil, wenn die einfach das perfekte Spider-Man-Spiel machen! Oder das nahezu, nahezu perfekte Spiel, Alter! Die werden einfach beide Spiele verbinden und nochmal verbessern, Alter! Großer Dämon! Nein! Das hat ja gar nichts gemacht! Komm schon! Jetzt aber! Oh, ich wollte rausweichen! Komm schon! Oh! Und jetzt ist das nämlich hier! Oh! Komm schon! Oh, oh, weg hier! Alter, Junge! Komm schon, Martin! Gib doch auf, du musst doch merken, dass du kannst schon... Das werden wir ersehen! Nicht nachlassen! Er ist fast erledigt! Jetzt aber! Komm! Mach ihn platt jetzt! Hey, komm doch raus! Unfair! Komm raus, komm raus! Komm raus! Er gibt aber auch nicht auf, wa? Er gibt aber auch nicht auf, wa? Er gibt nicht auf! Komm doch, komm doch hier, kleinen Dämon, Alter! Oh! Yes, yes! Nein! Ich hab's zu spät gesehen! Nein! Jetzt aber! Jetzt aber! Jetzt haben wir ihn! Oh, Alter! Geil! Geiler Boss halt! Huh! Muss mich zwar hart konzentrieren, aber... War ganz geil! Oh! Osborn muss dafür bezahlen. Ich weiß. Aber das ist der falsche Weg, Martin. Das ist der falsche Weg. 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 Du glaubst gar nicht, wie befriedigend das ist. Bereit für deinen letzten Akt? Das ist der falsche Weg. Hey! Hey! Wo ist Otto? Weg! Aber das ist jetzt nicht dein Problem. Er muss ins Krankenhaus. Nein, kein Krankenhaus. Ich muss mit dem Chefarzt sprechen. Hier gibt's kein Arzt. Wer leitet das hier? Ich hauptsächlich. Okay. Es ist lange her, aber das wird schon. Ich brauch Masken, Handschuhe, alles was steril ist. Danke. 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 Danke mir, indem du nicht stirbst. Oh mein Gott. Danke. 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 Er wird's schaffen, aber er braucht Ruhe. Sie sagen, es könnte bald vorbei sein. Wo willst du hin? Ich muss Otto finden. Er hat das Antisirum. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Du vielleicht nicht. Vielleicht braucht Spider-Man etwas Hilfe von seinem Freund Peter. Was? Peter hilft bei den Armen, weißt du noch? Wenn jemand einen Schwachpunkt findet, dann er. Schnapp sie dir, Tiger. Okay. Okay. Nein. Nein, das ist es nicht. Vielleicht diese hier? Nein. Ja, Freunde. Geil. Geiler Boss heute. Richtig geil. Oder? MJ hat recht. Ich habe die Neurale Schnittstelle gebaut. Selbstzerstören. Es muss was im Labor sein, das ich nutzen kann. Ja, da muss es. Ja, da muss es sein. So, Fähigkeiten. Haben wir jetzt noch mal was? Was hören wir uns denn noch? Raketenumleitung, Bodenschlag. Hm. Luftreißer. Ach komm, hier, Raketen. Warum nicht? Können wir uns ein paar neue Anzüge? Sollen wir noch einen neuen Anzug? Obwohl, wir sind ja bald beim Ende. Hm. Wir sind ja bald beim Ende. Bald beim Ende. Ich kann gar nicht mehr reden. Ich höre jetzt lieber auch auf. Freunde, wir hören uns beim nächsten Mal. Lasst gerne eine Bewertung da, wenn es euch gefällt. Oder gefallen hat. Und ihr den Rest natürlich auch gerne sehen und unterstützen wollt. Macht das gerne. Ansonsten Videobeschreibung abchecken. Kennt das Ganze. Haut rein. Und Tschüss. Auf Wiedersehen.